Baller-Bamm, okay, hier. Bester Cut ever, Folge viel zu lang, Cut. Echt jetzt? Wadden wir nie einen Cut gemacht? Cutte mit meinem Rennerprogramm, Alter. Ich mach die ganze Zeit Cuts, ich cutte die schon gleich. So schnell ich kann. Immer 10 Minuten Parts oder so, oder wie? Äh, nee, das wird jetzt ein extra langer Part. Das wird der Eishöhlen Expedition Part. Ja, stimmt. Den habt ihr euch jetzt grad schon angesehen. Ja, Mann, das wird schon, da ich in 8 Minuten Folge, Alter, ich als 10. Folge in 8 Minuten Folge hab mal, hab ich hier noch ein Special dran, Alter. So ein kleines Pür. Also, man lässt gerade, ich hab dich grad nicht verstanden, weil du gelaggt hast. Oh, guck mal, da oben ist richtig viel Demo Night Ohr, siehst du's? Ja. Leuchtet. Ich halt, ich halt den Gnome auf. Richtig, Fledermaus. Ha, ich hab dich wieder was ausgehalten. Fick dich! Und den Gnome. Nein. Ah, genau. Nice. Ich bin im Arsch. Im Arsch. Nein, ich komme und helfe dir. Blö, was hast du da unten gemacht, Alter? Was machst denn du da unten? Nein, Fledermaus, nein. Sei nicht böse. Boah, gut. Ich schwöre, ich ne Face kann, können wir mal sehen. Oh, meine Kiste, die nächste Kiste, da gehört mir. Ich hab das, das Headset grad noch aus der Bewege, hast du das gehört? Was? Kiste. Das du genießt hast. Das ist meine. Sag das mal. Oh, meine Kiste, meine Kiste, meine Kiste, meine Kiste. Good job. Sag mir mal, oh, da ist unten ist Lava. Sag mir, was drin war. Die da unten ist Lava. Moment, aber die letzte Kiste, die hattest doch du, oder? Nach diesen zwei Kisten. Äh, nach diesen zwei Kisten gab's keine Kiste mehr. Äh, nein, nein, nein. Ich mein die Kiste vor diesen zwei Kisten. Yes? Wer hatte die Kiste vor diesen zwei Kisten? Uh. Schon? Was war das für ein? Ja. Okay. Oh, Hammer geil. Alter, ich hab das OP-Item-Ever gefunden. Was denn? Magic Mirror. Weißt du, was das bringt? Nein. Damit kann ich mich zu meinem Spawn teleportieren. Das heißt, ich benutze immer, drrrr, verbraucht 20 Mana und ich stehe an meinem Bett. Beispielsweise, oder an meinem Spawn Point. Trotzdem sinnlos, da wir auf Slow spielen. Oh, Piranha. Was? Wir spielen noch nicht. Äh, das ist das beste, das ist das wichtigste Item ever. In Terraria, Alter. Es gibt nichts Wichtiges als Magic Mirror. Das sollten wir beide haben. Oh, ich hab Fackeln nur noch gefunden. Oh, geil. Fackeln. Oh, Fackeln. Normalerweise könnte ich jetzt, ja? Ja. Ey, das wär voll die Idee, Mann. Nee, ich glaub, das wird nicht gut ausgehen. Schaff ich den Jump? Schaff ich den Jump? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hi. Ja. Hallo. Ich nehm da mal wieder die Kiste mit. Puh. Jopp. Du das. Die 50.000 Kisten vorher. Ja, das schaut ja aus, als wäre es richtig sicher oder ist es doch nicht richtig sicher. Oh, nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Loll, das ist ja wirklich clever. Kannst du mir bitte kurz helfen? Ah ne, warte, warte, du brauchst mich Ja, super Overpowered, Junge Best move ever Genau wie das hier Overpowered Was hab ich gesagt? Seile Da unten ist Obsidian, ne? Das ist so Bescheid, weißt du irgendwie Hier ist ein Luftloch Nice, wird eine Wassererkundungs-Duo Wir und die Taucher, wir sind richtige Taucher, alter Hast du's gesehen? Hier ist erstmal überall durchfliegt Ah, ich seh nichts Nicht mit meinen Eisfackeln, nur mit deinen normalen Fackeln Ich hatte selber noch welche, alter Die hab ich vorhin aber die ganze Zeit geplantet, bis ich keine mehr hatte Wehe! Wehe, du brauchst zu der Lava Komm bloß nicht auf dumme Ideen Das ist ne richtig dumme Idee Äh, ich frag dich, was wir für ne Spitzer gebrochen für Obsidian Ich hab nämlich keine Ahnung Das ist voll aus Minecraft geklaut, ey Das ist voll aus real life geklaut Alter Genau wie Bäume Haha So witzend sie immer fein, ne? Weiß noch Nein Bäume sind voll aus real life geklaut Haha Ist so, das ist so Bäume sind voll Assos Ne, ne Gerade meine Andy Ach, Alter, was gegen Bäume? Ja, mein alter Scheiß Öko Ne Fahr Als ob Hey, wir haben bald 200 Leben, ne? Wir haben bald die Hälfte erreicht Ich bin gespannt, ob wirklich 400 noch das Maximale ist Das haben sie sicher angehoben Uh, 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 Lava, Lava, Lava Bist du sicher? Weil 400 war echt schon viel Lava, Lava Boah, Junge, mach Ah, komm, wir fluten die Lava Gute Idee eigentlich Boah, Junge Warte mal Lass es Ich hab mir den gefallen Ich will das wegmachen Wehe, Alter, sind alle Sachen weg Ernsthaft? Nein Keine Ahnung Wahrscheinlich nicht, Alter Äh, nicht gut, nicht gut, nicht gut Okay, das reicht Ich hab'n Block Ich hab'n Block Ich hab'n Block Das ist genug Wasser Super Das war genug Wasser Toll Kann man da alles runterhüpfen? Ne, klar, warum nicht? Okay Crossing on the street with my R64 Was? Oh, ich dachte so geil aus Ja, was mach' ich da grade? Okay, man kann Obsidian mit einer Holzspitzerke leider nicht erbauen Das ist dem Menschen schon mal geklärt Das sagst du, ne? Also hier ist schon Lava Wir sind ziemlich weit unten What the fuck, hab' ich grade wirklich gesehen, dass da ein Skelett gestorben ist und ein Schwert gedroppt hat Ich seh' da ne riesige Höhle, da baue ich mich mal rüber Ja, was denkst du, was ich grad mach? Du bist ein Vollhorst Ja, aber ich baue mich nicht in Wasser rüber Ja, weil ich das fluten will, damit wir einen Boden haben Ja, okay, das, das ist intelligent Look, 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 das ist mega intelligent, Alter Bin intelligent Komm bloß nicht mit irgendeinem b-netten Spruch an Oh, ich kenn' dich Lalalalalalalala Was? Ist mein Gang eigentlich überflüssig? Was denn die Fledermaus da, Alter? What the fuck? Okay, buggy Fledermaus, egal Yeah What da? Du Monster Wie hoch geht die Höhle? Muss ich jetzt mal gucken Warte, ich mach mich ran Du das Nein, ich hab' keine Robes mehr God damn it What? Da ist Gold! Aber genau in der Lava, das gefällt mir nicht Ja klar, du scheiß Federmaus Fick dich Nichts Schlimmeres als Fledermäuse Oh, Gott Hier ist ein Riss-Kick ist Rissiko ein Das Kick ist Rissiko Dieser Witz, ey Oh, ein Mutterschleim Oh, hier ist wieder so ein... Ein Mutterschleim Oh, ich seh' ihn Pam Viele Mutterschleime Das sind ganz kleine Das sind die Babyschleims Was? Pam, 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 pam Auf die Schnauze Das sind das da unten Ich will da jetzt verdammt nochmal rauf Warte mal Ich komm' viel leichter hoch Du machst alles immer so unständlich, Alter Was? WTF? WTF? Das ist eine Was hältst du davon, wenn wir wieder nach oben gehen? Was? Was hältst du davon, wenn wir wieder nach oben gehen? Wieso? Du hier weg Wohohohohohohohohohohohohohohohoho? Die sind auch neu Ok, wir haben eine Spinnenhöhle gefunden Du willst da wirklich hin? Aber warte, wir bauen erst das Gold hier ab. Alter, das ist unser Tod, wenn wir da hingehen. Das ist dir schon klar, ne? Wir werden nicht um Soms of Softcore, ne? Ja, aber trotzdem, wir verlieren das ganze Geld. Das brauchen wir später noch. Wir hätten auf Medium Core zocken sollen. Warte, ich würde die Folge schön da cutten, wenn wir den letzten Block wegbauen, okay? Ja, man geht irgendwie... Puff. Ach, du beleid, Folge cuttet. Alter, ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich schon. Let's go. Dein Ernst, Alter? Ah, der ist... Das ist von Minecraft geklaut. Ich glaube, ich nenne die Folge, das ist von Minecraft geklaut. Und dann mache ich einen Cut und dann kommt die Spinnenhöhle. Oh nein, nicht schon wieder. Boah, getroffen in der Luft. Lucky Mouse. Lucky Mouse. Das mache ich dann. Lucky Mouse. Lucky Mouse. Lucky Mouse. Boah, in der Luft wieder erwischt. Magic Mirror, würde ich dich nur dran erinnern. Ah, stimmt. Ich kann mich hier schnell rumtinken. Wir bauen uns da jetzt rüber, ne? Ja. Let's go.